Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der SAO News. Ja, es ist ja schon lange her, seit ich mir die letzte Sword Art Online News gebracht habe. Liegt aber auch daran, dass es nichts Großartiges mehr zu berichten gab über Sword Art Online. Dieses Mal ist es aber anders. Ich habe ein paar interessante News für euch zusammengesammelt. Und die möchte ich euch nun heute preisgeben. Das erste, was es geht, ist es um das Videospiel Sword Art Online Fatal Bullet. Dort wird es ja den letzten und vierten DLC geben. Und zwar, der nennt sich Deontes of the Nexus. Der ist ja schon seit längerem bekannt. Es ist auch bekannt, welche spielbaren Charakter dabei sein werden. Also welche man bekommen tut. Und zwar einmal Sachi und Seven. Weiterhin wurde bekannt gegeben, was man dort im DLC machen kann. Das benenne ich euch hier im Hintergrund ein. Ihr seht, das ist alles auf Japanisch. Leider ist mein Japanisch nicht so gut, dass ich euch das übersetzen kann. Also ich kann ein paar Wörter und ein paar Sachen. Aber wirklich Japanisch kann ich nicht. Deswegen kann ich euch das nicht übersetzen. Wer Japanisch kann, der kann es sich da gerne durchlesen. Das wird es also im DLC geben. Jedenfalls das, was für uns bekannt ist, was wir auch schon aus Trailern gesehen haben, ist, dass wir auf einer neuen Map kommen, wo relativ viel Schnee liegt. Und da wird es eine neue Storyline geben. Halt unter anderem mit Sachi und Seven. Nun wurde auch bekannt gegeben, wann dieser DLC rauskommt. Also momentan war schon bekannt, dass dieser DLC kommt. Aber wann war noch nicht bekannt. Jetzt ist es bekannt geworden. Und zwar am 18. Januar 2019 wird der DLC erscheinen. Für Playstation 4, Xbox One und den PC. Das heißt, ihr könnt euch diesen DLC ganz einfach herunterladen. Entweder habt ihr den Season Pass schon von Sword Art Online für den Budget. Dann könnt ihr ihn einfach kostenlos herunterladen. Und zwar mit der Update-Version 1.5.0. Werdet ihr den automatisch noch herunterladen. Und dann könnt ihr euch den DLC auch herunterladen. Gratis, wenn ihr halt den Season Pass habt. Wenn ihr nicht den Season Pass habt, dann könnt ihr euch den DLC selbst herunterladen. Müsst aber dann halt dafür bezahlen. Im Playstation Store, Xbox Live Store oder halt auf Steam. Kommt halt hier darauf an, auf was für einer Plattform ihr spielt. Wie viel der DLC kostet, weil es sich momentan aber leider nicht. Falls ihr sagt, ich möchte aber gerne wissen, wie der DLC aussieht, bevor ich ihn kaufe. Könnt ihr das natürlich gerne machen. Ab dem 20. Januar oder 19. Januar kommt darauf an, wie es bei mir funktioniert. Wird es diesen DLC natürlich bei mir auch als Let's Play geben. Und ich werde damit dann auch mein Let's Play zu Sword Art Online Fatal Bullet beenden. Doch das war es noch nicht. Und zwar wurde eine Complete Edition angekündigt. Das ist ja auch schon seit längerer Zeit bekannt. Dass es eine Complete Edition von Sword Art Online Fatal Bullet geben wird. Das heißt, wer von euch Sword Art Online Fatal Bullet noch nicht hat und sich das Spiel aber unbedingt gerne kaufen möchte, der kann sich das mit dieser Complete Edition holen. Und zwar da ist das Hauptspiel drin. Sword Art Online Fatal Bullet plus alle vier DLCs. Da wurde jetzt auch ein Trailer bekannt gegeben. Auch zum neuen DLC. Decision of the Nexus wurde auch ein neuer Trailer herausgehauen. Den könnt ihr euch alles unten in der Videobeschreibung angucken. Erscheinen wird die Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition für Playstation 4, Xbox One und den PC am 18. Januar 2019. Später im Jahr soll noch eine Nintendo Switch Variante kommen. Wann diese herauskommen soll, ist aber noch nicht bekannt. Kommen wir nun zum zweiten großen Thema und auch das ist so ein Grund, warum ich überhaupt dieses Video mache. Und zwar geht es um Sword Art Online Accessilation. Ich werde dieses Video wahrscheinlich am Sonntag hochladen. Das heißt, dass ihr wahrscheinlich gestern irgendwie bei Wakanim bzw. dort auf der Plattform, wo ihr Sword Art Online Facilitation geguckt habt und habt gesehen, hey, Moment mal, es gab ja keine neue Folge von Sword Art Online Accessilation. Ja, das ist nämlich richtig so. Und zwar wird die 13. Folge von Sword Art Online Accessilation erst am 5. Januar 2019 geht es dann weiter mit Episode Nummer 13 von Sword Art Online Accessilation. Ja, das ist aber noch nicht alles, denn eine Woche später, und zwar am 13. Januar müsste das ein, dort kommt dann Episode 14 von Sword Art Online Accessilation und das wird auch eine sehr besondere Folge sein. Und genau, am 12. Januar 2019 kommt dann Episode 14 und ab da wird dann auch der neue Arc losgehen. Das heißt, der erste Arc von Sword Art Online Accessilation wird nächste Woche beendet mit Episode 13. Dann ist der erste Arc vorbei und dann geht es am 12. Januar mit Episode 14 und dem zweiten Arc von Sword Art Online Accessilation weiter. Das heißt, dass es da den neuen Arc geben wird. Es gibt auch schon ein neues Key Visual, das könnt ihr euch hier im Hintergrund angucken. Da sieht man auch schon einige Charaktere. Wir sehen unseren Kiritu Yujiu, drei Personen, die wir noch nicht kennen. Den linken, da kennen wir ja schon. Also die Person, die ihr da unten links seht, kennen wir ja auch schon aus Episode Nummer 11. 11 war das, glaube ich. Dann sehen wir ja unsere Elise. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite diese Administrationsdame. Einmal in ihrer jungen Version, einmal in ihrer älteren Version. Und dann sehen wir links dort auch einen Charakter aus Episode 12, den wir auch schon kennen. Kommen wir jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Da könnt ihr vielleicht den Namen nochmal in die Kommentare posten. Auf jeden Fall geht es dann auch mit einem neuen Arc weiter. Das heißt, wir werden dann nicht nur Woche Pause bekommen, sondern es geht dann halt direkt eine Woche später weiter. Das heißt, am 5. Januar mit Episode 13 endete der erste Arc. Am 12. Januar 2019 geht es dann mit Episode 14 und dem zweiten Arc weiter. Das war es aber noch nicht alles. Und zwar wird es dann auch ein neues Opening geben und auch ein neues Ending. Das neue Opening wird dieses Mal gesungen von Asuka mit dem Titel Resistor. Und das neue Ending wird übernommen von Reona. Das nennt sich Forget Me Not. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte mir mal gerne die jeweiligen Liege da mal ganz kurz anhören, man kann sie momentan nur ganz kurz anhören, dann könnt ihr das gerne tun. Nämlich unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Trailer zum zweiten Arc von Sword Art Online Accessulation. Da sieht man einige Video-Ausschnitte schon aus dem zweiten Arc. Im Hintergrund hört man auch noch das neue Opening. Und wenn ihr euch auch das neue Ending angucken wollt, dann kann ich den Link darunter empfehlen. Da hört ihr nämlich nochmal ganz kurz den Opening-Song und danach hört ihr ganz kurz das neue Ending-Song. Die letzte Information, die ich für euch habe, ist nichts irgendwie, was jetzt offiziell von Sword Art Online verkündigt wurde, sondern von mir. Und zwar habe ich vor, Reaction-Videos zu machen. Und zwar zu Sword Art Online Accessulation. Losgehen wird es am 6. Januar 2018. Da möchte ich erstmal nur normale Videos aufnehmen. Ich hatte erst überlegt, ob ich das als Livestream bringe. Da werde ich dann immer auf die neuesten Folgen von Sword Art Online Accessulation reacten und meine Meinung preisgeben. Weil einige haben mich in den Kommentaren gefragt, ob ich denn nicht noch ein paar Videos zu Sword Art Online Accessulation bringen kann. Habe ich natürlich gerne vor. Habe noch überlegt, wie ich das am besten machen kann. Jetzt habe ich eine Idee. Ich mache vielleicht ein paar React-Videos. Ob das bei euch gut ankommt, wird man sehen. Und auch, ob das Erfolg hat, wird man sehen. Wie das alles Ganze laufen wird. Auch eure Ideen, die ihr dann auch preisgeben könnt zu meinen React-Videos, die können wir dann am 6. Januar besprechen. Da werde ich das euch dann auch ein bisschen erklären. Da werde ich dann ab dem 6. Januar dann auf Episode Nummer 13 reacten. Und dann werden wir da alles besprechen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ihr seid jetzt gut informiert über Sword Art Online. Freut euch auf den neuen DLC und freut euch dann nächste Woche auf die neue Folge von Sword Art Online Accessulation. Mein Name ist Louis. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in einem späteren Video mal wieder hoffentlich. Bis dahin und ciao.